hallo in diesem video zeige ich euch die quest champions der legionsrichter anzunehmen bei maiev schattensang wie bei allen anderen klassen auch auf der verhörten küste an dieser position sieht man auch die koordinaten falls maiev schattensang nicht hier sein sollte da habe ich mal was im internet gelesen dann kann ich es mir nur vorstellen wenn ihr die quest der altav der aegis im quest log habt oder für schaden genommen habt dann könnte es sein dass sie hier abgehauen ist mit den ganzen anderen pc sie dann und so weiter falls das sein sollte könnt ihr versuchen es durch ein vlog zu beheben falls das nicht hilft schaut im internet nach oder schreibt am besten gleich ein gmticket habt die quest jetzt angenommen darf mich nun in die ordenshalle der hexenmeister begeben nun könnte ich entweder mit dem flugmeister nach talavan oder wer selber fliegen kann kann auch selber fliegen ich habe einfach den fuhrstein jetzt benutzt da er kein cooldown hatte begebe mich nun in die ordenshalle wenn man hier bei der minimap auf die ordenshalle bericht klickt bzw auf den ordenshalle bericht und hier hinunter scrollt bei den anhänger sieht man welchen champion man bekommen wird kann wird hat schwarz haupt noch nie gehört egal auf 14 die ordenshalle und wie ihr gleich sehen werdet kann ich hier niemand anheuern es sind lauter andere quests sondern hier hat der npc schinfeld best schwur eine quest für euch es wird dann eine quest reihe und die quest reihe müsst ihr abschließen um den champion der legionsrichter anzuheuern ich werde nun die quest machen also nicht in diesem video sondern einzeln in anderen videos und wenn ich weiß wie es weiter geht bzw wenn ich so weit bin dass ich den champion anhäufe geht es in diesem video weiter so ich habe alle quests gemacht um den champion der legionsrichter freizuschalten da steht er dann an dieser position in der ordenshalle braucht die koordinaten sind einige quests bei jubica schattenbrecher und noch ein paar andere npc sind dabei alles nicht sonderlich schwer dann klicke ich beim kann wird hat schwarz haupt auf west beenden west champion der legionsrichter ist bereit zur abgabe laufe hier hinaus wenn meine vorher stein kein zd hätte dann würde ich den benutzen weil ich find's doof immer und hier aus bis zum flugplatz zu laufen eigenes fliegen habe ich noch nicht und dann und abzug weiß us lande platz ich muss dann zu die retter klippe ich muss dann zu die retter klippe und schon bin ich auf dem flug flug darauf nicht zu lang zum glück so 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 da bin ich auch schon gelandet und wie bei allen anderen klassen ist die quest abzugeben bei mif schatten sagen auf der verhärften küste hier sieht man auch die koordinaten position nicht vergessen hoff ich konnte euch helfen ciao